Irgendwo. Nein. Gut, das nächste ist dann... ...ist dann hier. Dann ist da noch eins. Zeigt in diese Richtung. Was war mit hier denn? Zeigt in diese. Au, ich hab den Schlüssel. Ich hab doch einen Schlüssel bekommen, oder nicht? Runic Keys. Go to the right. Notes. Oh, an der Weggabelung. Man muss jeden Weg gehen. Oh, jetzt ergibt das Sinn. Man muss jeden Weg gehen, aber der mittlere ist der sicherste. Und damit den, den man gehen muss. So, jetzt gehen wir so nach rechts. Durch den... Das mit dem Arm sieht komisch aus. Dass der eine Stoff hat und der andere Kette. Naja. Ne, das ergibt jetzt Sinn. Dann haben wir jetzt nämlich da den Schlüssel gefunden. Zu, ähm... Zu der anderen Öffnung. Mit dem anderen Tor, was wir schon gefunden hatten. Mal sehen, was wir daraus machen können. Mal sehen, was wir daraus machen können. Gut, ich mein... Trolle. Ah. So, ich... Gleich kommen wir wieder Harpian, würde ich behaupten. Und... Jetzt. Scheint keinen Bock zu haben, okay. Ähm... Was mit dem Links weiß ich dann aber nicht, was damit gemeint ist. Ich wusste es. Na, alte Bibliothek. Ich wusste es, dass du etwas schüttst von mir, Wälder schüttst. Ich war nicht der einzige, dass etwas schüttst. Die Noten von Baltimore sagen, dass der Master zurückkommt von der Grave, um mit dir zu treffen. Niemand zurückkommt von woher wir ihn senden. Du hast nur gesagt, dass es zu murder. Ja? Aber was von dir? Keine Ahnung von dir weiß, und du darfst hier nicht leben. Geh ihn, lads! Okay. Nein. Stimmt, ich habe schon den Zwerge, die ich nicht so schwer bin, die ich auch nicht. Hm. Mama, das ist so schwer. Oh Was gibt's hier noch? Nichts mehr Nichts mehr tatsächlich Bastard's Sword Was haben wir hier an Schwettern? Besser zu holen 23, 28 Aber da haben wir natürlich schon ein besseres Pickaxe Hier auch nichts Fire Run, Moon Run Ah Wahrscheinlich hier Anders Armor Hatte ich die nicht? 33, das hatte ich doch schon Hm Okay Warte, wir müssen hier lang Was haben wir noch nicht zu sagen? Was haben wir noch nicht zu sagen? Was ist der Grund? Was ist der Grund? So ist ich mich für heute Undo. But no. But no. Son of a bitch. I will return. I will return the favor even. Vers all the seven hells. I will return living or undead. To torment you. I will suffer my weep. Hmm. So you see someone. At noon. This drawn soul. Finds a shadow. At your goal. Drawn soul. Oh am Nachmittag zeigt der Schatten. Dann wäre der Pfosten. Der Mast vom Schiff hätte dann. Oder hat auf die Höhle gezogen. Zeigt. Interessant. Das Schiff muss ja schon länger liegen. Hm. Okay. Meinetwegen. Okay. Jetzt informiere ich den noch. Und dann ist gut für heute. Dann. Ich tatsächlich ins Bett. Jo. Dann können wir jetzt wieder. In der halben Ewigkeit laufen. Bis wir da sind. Hm. Warte mal. Das Problem ist doch jetzt. Jetzt ist der Rundschmied. Tot. Den die gehabt haben. Das ist ja echt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, dass der Rundschmied jetzt tot ist. Und vor allem der alte ist. Ich meine, der Alte ist tot und kommt sicher nicht wieder. Mal sehen, wo ist der überhaupt? Ach, der ist in seinem... in seinem Haus. Na gut. Falsch. Wir müssen hier nach links und dann nach rechts, genau. Das ist so verwirrend mit dieser... mit der Stadt. Da denkst du, da hast du es mal und dann... Ich weiß nicht, du könntest dich hier wahrscheinlich eine ganze Weile drin verlaufen. Ah, jetzt ist er in seinem Büro oder hinter seinem Schreibtisch. Irgendwie sowas. Schlafzimmer. Job getan. Ich bin hier für meine Geld. Du hast die Harpy Queen. In diesem Fall, du hast dein Geld verdient. Okay. Um... bei der Pricks of the male gods. Master Baltimore's notes. Where did you get them? I discovered his vault near the Troll's lair. By the way, Thorac, your new runemaster, is dead. He and his two apprentices have left for a better world. What? How did it happen? Thorac murdered Baltimore. There's enough evidence in the notes I just gave you. Thanks, Witcher. A reward for your labors. It's not much, but I'll be needing funds to appoint and equip a new runemaster now. Das stimmt allerdings. Quest complete. Come on, Baltimore. Das ist ein Nightmare. Schick. Schick. Das ist fast das nächste Level für uns. Das ist doch schon mal schön. So, wie gesagt, jetzt ist was einmal gespeichert. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.